um und dem Ostreihen und müssen ja wir haben jetzt seit hier erfolgreich zu 100 Prozent verdichtet und jetzt drücken wir er abdeckt also wieso ich war gerade mega lost ich hab gerade irgendwie wie du runter gezählt hast mein linker abgeschraubt und statt auf auf ein button zu drücken das einstellen fenster geöffnet bei obs ich habe keine Ahnung wieso die Köln ist Prozent einer Platz mit einer Fettmöhre ja ich habe jetzt der Plan Mähen zu fahren weiter weiter und dran und Fabi was machst du ich schnapp mir den Extractor der der Näcke steht die den hoch dann wohl ich bin schwarzer was ein bisschen Vorsprung muss vorne anheben ja nimm mir den Extractor warte Zappwelle dann bist du unsportlich so äh ja Extractor dann hat auch sie Vorsprung und dann fange ich an zu schwadern und dann hole ich noch die Ballenpresse hoch damit die dann schon mal oben ist weil dann können wir direkt in einem alles durcharbeiten und ja das ist der Plan so für die nächste nächsten Folgen ne genau bis jetzt so wenn sich nichts ändert richtig jetzt fahren wir da hoch und jetzt war noch nicht reif äh müsste eigentlich reif sein alter wie das alles hier zappelt auf dem Feldweg bin ich schon da ja oh lol hier ist ein Feldweg aber ich muss warten bis ach ne bringt mir eh nichts wenn ich warte bis aus der angemeldet hat hä wieso hä wieso soll sie dir das was bringen weil ich wollte dann sagen dann kann ich ja da das hinstellen aber ich muss eh erstmal wegschwadern äh die graftexte ist ja irgendwie anders aus auf dem Feld oder mhm die ist viel schöner irgendwie na wobei doch die schöner ich finde die schöner als die standardtext aber es gibt schönere ja genau so was fehlt jetzt noch der schwader wo haben wir den denn hingestellt aber das ist der geschmackserwein na der textur halt ja richtig auch nötig habe gestern zu tanken ja ich auch naja ach so Aussie hat Vorsprung ja definitiv nicht wenn ich liegen bleibe dann ja ist das gut Aussie hat halt keinen Vorsprung also keinen richtigen Vorsprung ich hätte ich ja jetzt den John Deere nehmen können und damit jetzt die Ballenpresse holen können ne anstelle ständig um zu kuppeln naja hab ich schon bezahlt unser Plan ist nämlich ja da oben so eine Silageschlange hinzulegen und ja weiß nicht kommt auch an wie viele Ballen wir runterkriegen habe ich mir gerade so überlegt wenn wir viele runterkriegen dann legen wir mehrere Silageballen rein hin ja ich denke da unten wo du gerade bist anfangen bist dann hoch irgendwie zum Feldweg weil wenn es zu weit ist dann halt ja richtig sehr gut also hier kann ich ja hier könnte ich zwar schwadern aber das ist von der Breite her nicht so ja Ossi mäht erstmal den Feldweg mit ja alles muss mitgemäht werden was es gibt also genau Info das was jetzt hier mähen das wird Tierfutter und das was unten im Silo ist das verkaufen ja naja bei unser Kontostand oben rechts ist nicht so prügeln können wir sagen holster ja das ist ja schon wenn ich und du tanzen sind schon weg Alter ja eigentlich schon wenn wir nicht helfen zumindest geht es ist es ja vorspulen das müssen wir ja eh bis das fertig gegärt ist ja dann eigentlich so könnte man jetzt mit season spielen und dann könnte man sagen okay wir warten jetzt bis das fertig gegärt ist dann haben wir einen tag mehr dann fangen wir jetzt an mit äh ansehen dann hast du ja deine Zeit überbrückt sozusagen ja das muss ich jetzt Wolltest du hupen? Nö Achso ja du warst ganz kurz gemütet jetzt hast du dich grad verwirrt also man sie sag mal so man sieht kein Strich mehr bei dem beim New Holland ups also vielleicht kurz tanken fahren heute ist sogar noch mal ein Monitor aus das ist verrückt ja liegen liegen jetzt werden wir alles ausgehen ja es geht der Backup jetzt sprichbar haha die Mehrwerke brauchen ja ja auch keine Drehzahl mehr ne nö nö Standkosten haha Standgast für einen sauberen Schnitt genau oberhalb der Schnittgarten na 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 und die die 할�ers Dolby nicht als so viel Geld haben wir können sowieso nicht mal Kühl kaufen erst mal er ist also dann die muss ja auch Theo Armee muss er nicht ich kann wetten jetzt kurz vor der Tange liegen ich weiß auch schon nie in S19 geschafft dass er Traktorkommeletten leer ist oder generell um 17 Prozent der Dingsda der heißt da der Fiat alle kommt mit leer ich weiß es nicht ich meine wir sind damit sogar liegen geblieben ich sag mal in den johannern ein das siehst du kein Balken doch minimalistisch wenn du ganz vorne an der Nadel guckst ach stimmt ja dann muss ich noch mal umkehren noch mal weiter ein und das Minus nur noch die Zwergung Geld ja weil ich nicht da muss man die Tange auffüllen das könnte allerdings nach Wahl es ist die eine Garage ja hier die das ist gar keine tagenstelle glaube ich ne geht unter die tausend und 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 ah scheiße mist 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 so jetzt kann man jetzt kann man gut zu fest waren weil jetzt ein bisschen mehr gewicht und daran lag das ja also in echt jetzt daran gelegen nun er lässt nicht so erstmal aufklappen weil ein feld werden lassen intelligenten fendt geparkt ja ich wollte dann ja anfangen weil du halt der gerade weg war es und dann habe ich gedacht okay war ich hiermit weiter mit dem Ball noch alles schön runter n ja ist egal da unten steht er auf der Dings müssen sie weit fahren Frontlader ups ups wir bräuchten es round wenn er dann fährst dann stoppt der trecker automatisch wenn der bein voll ist lädt aus und du fährst weiter kann die ganze zeit auf dem gas bleiben ja macht er ja in echt ja auch nicht ob der auch nicht stehen obwohl dann sollte ich mittlerweile einstellen dass der dann stehen bleibt wenn er voll ist und auslädt ich weiß nicht als ich weiß wenn er in meinem Fall wird es ist das Jahrhundert bei mir anders als die Beinbrüse zwei oder drei Jahre alt aber eigentlich doch ich hätte ich schon mal sagen würde die pick-up so vollgemacht was die ganze pick-up so verstopft ist dass die zapfel ausgeht dann er wurde das heißt mal ob wirkst die das nicht dieser Unterschied von den Grasfarben hier Standardgras richtig hell dies ja wenn er wenn er das in die Beinbrüse reinzieht und das Gras hier übertrieben dunkel Oh ich denke so viel Bein wäre jetzt gerade oder? ich habe jetzt schon ich glaube sechs haben wir keinen dann wollten wir mal einen Beinzieher mit rein nehmen oder? äh hab ich doch auch ach so Ballen gepresst heute ach so ich habe mich zurück gesetzt also können die Ballen größe sogar ändern ich könnte jetzt schon 10.000 l Ballen pressen jo das sind drei Ballen naja könnte ich halt wirklich machen aber das ist halt unrealistisch oder kleinere Ballen könnte ich auch machen ja so 1,30, 1,20 äh äh alt links Z ist zurücksetzen und jetzt fahr zurück ja da steht bei gepresst heute dann können wir jetzt in der Weise sagen mhm warte mal ähm ähm k also ich könnte 6.000 Liter 8.000 Liter 10.000 Liter 20.000 Liter und 1,5 ist das Minimum ich weiß gar nicht wie viel ist denn so ein 1,80 Meter oder 1,75 großen Ballen drin weißt du was ich mach einfach mal 2.000er Ballen dann kommen halt mehr runter äh doch die können wir eigentlich ganz normal nutzen ok also ein 2.000er Ballen ist halt schön klein dann kannst du dann auch besser äh dann hast du das auch zum Füttern einfacher ne wobei andererseits wäre eigentlich schöner gewesen größere Ballen weil dann hast du nicht so viele rumliegen ja aber das wird dann ja eh nicht ja stimmt aber ja jetzt haben wir eine Runde 4.000er Ballen und jetzt kommen äh 2.000er Ballen wir brauchen ja Mischmasch ne Mischmasch direkt wieder stehen bleiben praktisch es ist ganz was zu lange dauert ja 13 Minuten ja das dauert länger und ankuppeln und allem ja wir sind ja schon mal krass ja ok muss dann noch ich bin fällig schwarze oder noch ich hab jetzt 4 bei ich bin halb rum das ist das ist schön schwadern während dem Ball mittendrin liegt ja ich finde viel Spaß ich bin einfach drum herum schwadern das sind aber hohe Verluste dann ja warum ich kann ja auf der anderen Seite auch nochmal drum herum schwadern aus und trotzdem da kommt noch einer runtergerollt also ich glaube hinter mir die Rollen auch die ganze Zeit aber ja ganz langsam fertig ich bin ganz schön ich bin ganz schön ja eine schon wohl da ein spartes oder du holst sie erhalten den Frontladern fängt an die Beine einzufahren n können wir schon dann alle auf einmal das ist langweilig oh toll es muss ich um die Beine rumluckeln da kommt noch einer er ist jetzt vorbei glaube ich sehe kein Ball ich fahre eher über so Liebe ich bin einfach über den Ball drüber gefahren also ich habe jetzt 11 Ballen gepresst und bin nicht mal rum Profisachsen ich habe jetzt mehr Ballen gepresst als wir insgesamt hatten weil wir haben insgesamt 17 Stück gehabt und zwölf habe ich jetzt ich sehe kein Ballen da war nix da ist nix oh na ok der hier schafft das nicht ich höre was piepen das ist nicht ein Vogel im Kopf muss man d moro roh Nürnberg 2.000er Ballen sind doch schon nervig macht auch 1.500er ja geil nochmal verschiedener ja klar wenn schon an alle Arten ne also und 20.000er Ballen also wohl bemerkt er liegt dann auch das von 20.000er Ballen heißt du kriegst den Trecker nicht mehr angehoben ich spreche aus Erfahrung habe ich schon mal probiert ich weiß exophilischer abwechselnde Schwaden pure Abwechslung hast du hier ja ja kannst ja gleich den X-Tractor schon aufbauen so schnell wie du arbeitest m dann ist es auch als Ziel gesetzt und hier denn Johnny kriegt er nicht auf die Reihe hier da war er und er braucht halt nur ein bisschen vor das Gas geben in dem ich habe das das nochmal zählt weiß nicht welche taste ich das gerade habe ab welcher taste ich gerade gedrückt habe geht bei mir auch so da fahrt irgendwie jemand so ganz einfach sagen wie macht man und umlösche so was allen in Wirklichkeit weiß es dir ja also was einfaches und manchmal drückt und dann äh welches das ist denn das jetzt Prozent war ja fertig feierabend ja mal passt auch ja und viele beiden liegen hier rum ich häng mal kurz an wir fern hier vorne da dran oder jo mach dat jo aber also ich würde sagen das war's mit dieser Folge wenn es euch gefallen hat lasst ein Like, Abo und Kommentar da schaut natürlich beim Ausland vorbei und beim JGG immer und wir sind zum nächsten Mal wieder ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020